ARD Text im Auftrag von Funk Hast du drüber nachgedacht? Jetzt fängst du schon wieder damit an. Ich geh nicht in den Knast. Vergiss es wirklich. Kommt, Jungs! Die haben alle Geldkassen mitgenommen. Das wird so einen mickligen Hunger lohnt. Irgendwann ist Schluss, ja. Schau in den Koffer raus. Warum? Jetzt tu es einfach! Lass endlich los! Kann jemand den Handy haben? Weißt du eigentlich, wieviel Jahre, wer davon kriegt? Nee. Du? Du reitest uns jedes Mal nur noch tiefer in die Scheiße mit deinem Piss! Meinst du, ich hab mir das hier so mit dir vorgestellt? Manuel hat's getötet. Das wird ein Handsome. Ich will die Kinder in dem Bus ja auch loswerden. Kommt, du bist auf so eine Scheißlese. Ja, ich weiß. Geht aber nicht anders. Papa, es tut mir leid! Na mach's schon! Du. Ja, ich weiß. Du. Du. Du.